Mein Name ist Carsten Demmer, ich bin Produktmanager im Hause Niemark und verantwortlich für den gesamten Handzangenbereich inklusive Schweißsteuerungen weltweit. Wir präsentieren Ihnen heute hier unsere Servo-Gun-Handschweißzange. Die Konstruktion ist basierend auf der ursprünglichen Classic Gun, unserer Automotive Gun, die ursprünglich mit Pneumatikzylindern weltweit im Einsatz ist. Diesen wir durch den Servo-Antrieb ersetzen. Hierdurch haben wir die Möglichkeit, druckluftfrei die Produktion und den Anforderungen der Automobilindustrie zu erfüllen. Durch die minimale Anzahl verschiedenster Servo-Antriebe haben wir das gesamte Spektrum der Pneumatikzylinder ersetzt. Wir haben Elektrodenkräfte bis 8 KiloNewton, die wir umsetzen können. Und durch den weiterhin schlanken Aufbau der Zange haben wir die Möglichkeit, diverse Transformatoren in verschiedenen Leistungsgrößen einzusetzen, um entsprechend die Schweißströme von bis zu 40 kA Leistung umzusetzen. Die wesentlichen Vorteile sind der bis zu fünffach schnellere Kraftanstiegszeit für den Schweißbetrieb. Wir haben ein gleichbleibendes Gewicht, analog zu den ursprünglichen Pneumatikzangen. Und wir haben frei programmierbare Hübe. Und die Bedienung der Handschweißzange bleibt weiterhin einfach und für die Werke unproblematisch.